Mein Papi war ein schlimmer Finger und deshalb haben sich meine Mami und mein Papi nicht mehr so ganz lieb. Und mein Papi ist so oft weg. Ich glaube, der fliegt immer auf eine Insel und mich lassen immer so alle allein. Meine Mami hat keine Zahl und mein Papi auch nicht. Wo sind denn die beiden überhaupt? Weg. Und mein Papi hat gesagt, wenn man viel Geld hat, kann man sich alles ermöglichen. Und ich denke mir, wenn ich viel Geld habe, kann ich wenigstens Freunde finden. Freunde sind nicht käuflich. Mein Papi hat gesagt, mit Geld kann man sich alles kaufen, auch Freunde. Ich würde aber mal fast behaupten, dass das dann keine wahren Freunde wären. Ist mir auch egal, Hauptsache ich habe Leute um mich rum. Weil ich bin komplett allein, weil mein Papi und meine Mami, die sind immer weg und die lassen mich hier aber komplett allein. Und ich glaube, die verprasseln das Geld. Habe ich so das Gefühl. Und ich bin denen so irgendwie scheißegal. Auch wünschen. Manchmal lebe ich so auf den Straßen und mich so um in der Nacht rumkrügeln und alles. Alles, weil die halt nie da sind. Ich meine, ich kann nach Hause fahren und dort chillen und so, aber ich bin trotzdem allein. Man, ich wüsste jetzt aber auch leider nicht, wie ich dir da helfen könnte. Ich werde auf meinem Papi hören. Ich muss, ich muss Multimillionär werden. Das ist mein Ziel. Ja. Gut, ich muss jetzt fahren. Tschüss. Sehr vorsichtig. Ich habe eh nichts zu verlieren.